Wir, die Böker und Paul AG, Kanzlei für Vermögensmanagement mit Firmensitz in Montabaur, sind ein unabhängiges, mittelständisches Finanzinstitut. Unsere Mandanten sind überwiegend mittelständische Unternehmer und Selbstständige sowie Freiberufler, Manager und vermögende Privatkunden. Grundlage unserer Arbeit ist eine bank- und produktunabhängige Beratung der Mandanten. Die Bezahlung der Beratung erfolgt mittels eines fest vereinbarten Honorars. Basis der langfristigen Kommunikation ist eine umfassende Finanzplanung. Dabei berücksichtigen wir das gesamte Vermögen, also Wertpapiere, Bankguthaben, Immobilien, Versicherungen und so weiter. Bei Unternehmern beziehen wir auch das Unternehmen in unsere Beratung mit ein. Wir bei Böker und Paul bieten unsere Mandanten eine individuelle und hochwertige Beratung zu allen Finanzfragen. Mit unserem Expertenwissen und unter Einsatz moderner Beratungstechnologie entwickeln wir Finanzkonzepte zum langfristigen Aufbau von Vermögen, zur Mehrung von Vermögen und zur Weitergabe von Vermögen. Kurz gesagt, wir unterstützen unsere Mandanten dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und so ihre Ziele optimal zu erreichen. Um für unsere Mandanten eine hochwertige Dienstleistung sicherzustellen, müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine entsprechende Aus- und Weiterbildung verfügen. So besitzen bzw. erlangen sie neben dem obligatorischen einschlägigen akademischen Titel auch die Zertifizierung zum Certified Financial Planner, dem zurzeit in Deutschland anerkanntesten Gütesiegel für eine hochqualifizierte Vermögensberatung. In einem dynamischen und herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen an die vernetzte Beratung in Finanzfragen kümmern sich aktuell 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die vielfältigen Fragestellungen sowie Aufgaben rund um das Vermögen unserer Mandanten. Das Ziel, Mehrwerte für die Mandanten zu schaffen und Sicherheit gewinnen durch bessere finanzielle Entscheidungen. Ebenso die Zeitersparnis, zum Beispiel durch die Übertragung von administrativen Aufgaben auf uns oder Transparenz und Überblick über die Finanzen. Dabei steht nicht der kurzfristige Effekt auf der Agenda, sondern ein schlüssiges und belastbares Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, Mehrung und Sicherung. Es gibt keinen Besitz der Nachlässigkeit für Trüge. Dieser Ausspruch von Thomas Mann ist das Redo unseres Unternehmens. Für unsere Mandanten bedeutet dies, wir haben den Überblick über das Ganze, aber mit Sorgfalt im Detail. Kurz, wer einen Experten für sein Vermögen sucht, wer finanzielle Fragestellung für sich, seine Familie oder sein Unternehmen objektiv und unabhängig beantwortet haben möchte, sollte sich unbedingt einmal mit uns unterhalten. Mit der Böker und Paul AG in Monterbauer. Wir treffen uns in regelmäßigen zeitlichen Abständen. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und da Böker und Paul Profis in ihrem Fach sind und uns rund um Fragen zur Geldanlage, aber auch zur Unternehmensübergabe zur Seite stehen, spare ich viel Zeit und kann mich auf meinen eigentlichen Job konzentrieren. Und deswegen schätze ich sehr diese Zusammenarbeit. Wir sind mit der Beratung des Unternehmens außerordentlich zufrieden und können das Unternehmen nur weiterempfehlen.